So liebe Leute, was geht? Ich habe gedacht, ich bringe mal wieder ein Video raus. Ein kleines Black Ops 2 Gameplay im Hintergrund 31-0 in Team Deathmatch. Ich bin eh später reingekommen und ich denke mal, für Team Deathmatch ist es ganz gut. Ich spiele die Drohne, den Orbital-Satelliten und die Vital-Einheit, die ich dann auch noch gekriegt habe, wodurch dieses Ergebnis möglich wurde. Und ja, ich bin hier halt noch nicht drin, deswegen schauen wir mal kurz den anderen Spielern zu. Also, der Grund, warum ich dieses Video mache, ist, weil ich habe vor, noch mehr Black Ops Gameplays hier zu zeigen. Also nicht diese Hammer Gameplays von 100 Plus und so, weil ich zog einfach nur hauptsächlich Team Deathmatch und mehr als 31-0, 42-0 oder so ist da halt nicht drin. Wenn meine Teamkameraden natürlich einigermaßen gut sind. Und ja, paar Zombie-Gameplays hätte ich auch noch. Dann hätte ich noch Tipps, Tricks zu Goldwaffen und so. Und ja, das war dann eigentlich wieder schon alles. Ich muss jetzt nur aufpassen, wann ich ins Spiel reinkomme, damit ich rechtzeitig zu meiner Kamera switchen kann. Damit ihr auch mein Gameplay seht und nicht das der anderen hier. Und ja, so langsam müsste ich reinkommen eigentlich. Ich spiele die AN 94 mit Reflexvisier und Schnellziehen. Meiner Meinung nach für fast alle Sword Rivals die Besten. Hier bin ich jetzt. Jetzt muss ich nur gucken, wo ich denn bin. Augenblick. Hier bin ich, genau. Mit Schnellziehen und Reflex. Normalerweise zocke ich sie eher mit Schaft oder Schalldämpfer und Schnellziehen. Aber naja, ich habe sie jetzt einfach mal wieder so gezockt. Hatte Bock drauf. Und ja, wer seht die Avant. Meine Scoreswitsch sind auch da sehen. Meine Perks waren, glaube ich, Geist-Hardliner vielleicht. Entweder Hardliner oder Kugelsichere Weste. Ich weiß es gerade nicht. Dann zähle ich Kalt und Plünderer. Und Techniker, damit ich nicht in irgendwelche Minen reinlaufe. Hier gleich die Drohne gekriegt. Und ja, ich habe das Gameplay gerade eben erst erspielt und war selbst überrascht, wie gut das eigentlich war. Und ja, deswegen wollte ich euch das zeigen. Hier schön geblendet. Meine Fresse, ey. Typ konnte sich aber auch nicht entscheiden, wo langkommt. Auf jeden Fall. Ja, pfff, was soll ich jetzt sagen. Wenn ihr mehr Bock auf solche Gameplays habt, schreibt es in die Kommentare. Auch Zombie ist dran. Ich habe alle DLCs, von daher kann ich jede Map zocken. Origins auch. Richtig geile Map finde ich übrigens. Und ja, dann lasse ich euch jetzt mal wohl das Gameplay genießen. Bis dann zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Wir haben die Kontrolle übernommen. Ich bin jetzt mal wieder. Schlafschütze! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017